So, guten Morgen. Hier kommt etwas verspätet. Ich war noch gerade in den Vorbereitungsraum. So, holt bitte die Hausaufgaben raus, ja? Hier gehe ich einmal rumgucken. Matthias, was kramst du hier? Hast du die Hausaufgaben oder hast du die Hausaufgaben nicht? Matthias, du weißt, dass ich das so nicht akzeptieren kann. Das ist eine 6, das weißt du. Ja, aber... Ja, nichts, aber Hausaufgaben musst du machen. Nächste Stunde zeigst du, wie bitte nachher, ansonsten kriegst du noch eine 6 aufgeschrieben. Felix? Hier. Sehr schön, hast du das gemacht. Der hat unbeaufsichtig sein Experiment laufen lässt. Hier, hier kannst du gucken, der Felix hat das gemacht.